Keine Begutachtung mehr in Erwerbsminderungsrentenverfahren durch die Deutsche Rentenversicherung. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Wir sind aktuell beauftragt in einem Widerspruchsverfahren gegen einen abgelehnten Erwerbsminderungsrentenbescheid, die Rechte unserer Mandantin durchzusetzen. Und dazu gehört ja neben der Akteneinsicht und dass man herausfindet, warum die Deutsche Rentenversicherung die beantragte Erwerbsminderungsrente ablehnt, dass man auch eine entsprechende Sachaufklärung betreibt und zwar im medizinischen Bereich. Nach Akteneinsicht und nach Rücksprache mit unserer Mandantin eine Begutachtung im neurologischen Bereich angeregt. Am 29.12.2020 bekomme ich hierzu folgendes Schreiben von der Deutschen Rentenversicherung Bund. Aufgrund der aktuellen Lage der Corona-Pandemie geben wir aktuell keine Gutachten mehr in Auftrag. Unser Haus hat sich zu dieser Maßnahme entschieden, damit keine zusätzliche Gefährdung für sie entsteht. Hier entsteht eine riesen Hängepartie auch zu Lasten unserer Mandantin. Diese bezieht Arbeitslosengeld 1 und die Deutsche Rentenversicherung sitzt jetzt sozusagen die Corona-Pandemie aus und gibt keine Gutachten zur Sachaufklärung mehr in Auftrag. Das heißt also, im Notfall kann es passieren, dass unsere Mandantin, obwohl sie aus unserer Sicht einen Anspruch auf eine volle Erwerbsminderungsrente hat, in das Hartz IV oder in die Grundsicherung rutscht, weil das Arbeitslosengeld 1 ausläuft. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel